Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen im neuen Jahr. Das ist mein erstes Webinar hier morgens im neuen Jahr. Ein paar Tage Urlaub gehabt, entspannt ins neue Jahr reingekommen. Ich hoffe, Sie konnten auch gut ins neue Jahr wechseln und stimmungsvoll den Start miteinander mit ein paar Freunden gestalten. Wir gucken heute wieder rein, live in ein paar Charts zuvor. Aber guten Morgen hier auch an alle Live-Zuschauer, Ludger und Olaf. Ich freue mich, wie im letzten Jahr immer, hier Live-Zuschauer dabei zu haben. Und ganz lieben Dank auch für die schönen Grüße. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Und ich bin auch schon richtig gespannt, wie sich das neue Handelsjahr entwickeln wird. Wir haben ja in den letzten Tagen des alten Jahres so einen kleinen Blick in die Indizes, in den DAX und den S&P 500 gerichtet. Was uns eventuell so erwarten können. Ich bin wirklich gespannt, welche Strategien, die wir da besprochen hatten, wir hier in diesem Jahr zum Jahresauftakt auch zur Anwendung bringen können. Heute geht es um den DAX, Euro-Britischer Fund und US-Dollar, Can-Dollar. Das sind die Währungspaare bzw. der Index, den ich für heute vorbereitet habe. Christian, auch guten Morgen. Elena, freue mich, dich auch hier wieder live dabei zu haben. Die Zeit ist bei dir immer knapp, das weiß ich. Ich freue mich über jeden, der hier morgens die Ruhe findet, ein paar Minuten in die Märkte reinzuschauen und das Ganze für die Handelsbereitung zu nutzen. Was für die Handelsvorbereitung wichtig ist, ist natürlich wie immer der Risikohinweis hier an dieser Stelle. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte Sie, diesen Risikohinweis entsprechend auch zur Kenntnis zu nehmen. Wir starten heute allerdings ein klein wenig anders, als wir das in den letzten Webinaren immer gemacht haben. Nämlich, da haben wir ja mit der Tagesvorschau für die Nachrichten gestartet. Aber wir starten jetzt mal mit dem Wochenausblick, weil wir haben ja aufgrund der verkürzten Handelswoche letzte Woche keinen Wochenausblick über die Nachrichtenseite hier an dieser Stelle auch gehabt. Von der Seite her geht es gleich mal mit der Planung für diese Woche weiter. Hier die wichtigsten Nachrichten für Sie vorab in der Zusammenfassung. Ganz, ganz viel USA dabei und ein kleines bisschen EU kriegen wir diese Woche. Heute startet die USA mit dem Einkaufsmanagerindex. Wir bekommen morgen die offenen Stellen, JOLS Stellenangebote genannt. Auch da kann immer wieder Positives oder Negatives für Bewegungen an den Märkten sorgen. Wir bekommen am Mittwoch dann die Rohöl-Lagerbestände und seitens der FED das FOMC-Sitzungsprotokoll. Am Donnerstag geht es dann weiter. Die EZB veröffentlicht den Bericht des geldpolitischen Treffens. Aus den USA bekommen wir im Tagesverlauf die Verkäufe neuer Häuser. Und der Herr Paul wird sprechen. Und am Freitag gibt es als wichtigste Nachricht aus den USA den Verbraucherpreisindex. Also hier auch wieder Thema Inflation einen hohen Stellenwert für den Freitag. Das an dieser Stelle der Ausblick für die wichtigsten Nachrichten. Und damit kommen wir gleich mal zum heutigen Tage, nämlich die Tagesnachrichten. Um 8 Uhr haben wir aus Deutschland zwei wichtige Informationen bekommen. Und zwar den Auftragseingang der Industrie für den November und die Einzelhandelsumsätze. Und da schaue ich gleich mal in die Zahlen rein live. Die sind ja nämlich schon durch. Wir haben bekommen, ich schaue gerade mal auf den vierten Monitor. Deswegen geht der Blick gerade hier nach oben. Und da haben wir die Auftragseingänge der Industrie. Wir hatten ja die Prognose bei minus 0,2%. Es war ein Minus von einem Prozent. Also hier deutlich schlechter als erwartet. Positive Überraschungen allerdings gab es bei den Einzelhandelsumsätzen. Die liegen nach den Erwartungen von einem Plus von 0,4% deutlich drüber. Nämlich wir hatten hier im November ein Zuwachs von 1,4%. Das ist ein deutlich positives Zeichen, weil die Erwartungen sind doch hier deutlich übertroffen worden. Was gibt es noch? Wir bekommen dann das Thema Einzelhandelsumsätze aus der EU noch einmal um 11 Uhr. Um 16 Uhr gibt es dann aus den USA einige Nachrichten und zwar zivile Investitionsgüter. Wir bekommen den Auftragseingang für den November. Wir bekommen hier, wie das gerade avisiert wurde, den ISM Einkaufsmanager Index. Und dann heute um 18.40 Uhr eine Rede von FOMC-Mitglied Bostich. Das für die wichtigsten Nachrichten des heutigen Tages. Und wie schon gesagt, wenn jemand Fragen hat, einen Chart analysiert haben möchte, bitte direkt hier in die Chats entsprechend eingeben auf GoToWebinar oder auch hier direkt in Facebook. Auf beiden Seiten haben wir ja Zuschauer, die uns hier morgendlich immer über die Schultern schauen. Kommen wir dann, würde ich sagen, direkt zu den Charts. Ich hatte es ja avisiert, auch wir machen Euro, britisches Pfund, US-Dollar, Can-Dollar und den DAX heute Morgen. Hier habe ich gerade im Chart drinnen das Währungspaar US-Dollar, Can-Dollar. Deswegen schauen wir hier gleich einmal drauf, was das Währungspaar hier an dieser Stelle auch mitmacht. Hier sehen wir mal in groß eingezeichnet hier diesen großen, starken, übergeordneten Trend. Wenn wir in die Woche mal schauen, das ist der Trend, der große Trend der Woche. Und diejenigen, die mir hier schon länger über die Schulter schauen, sie wissen das. Ich gucke gerne, was die untergeordneten Trends hier machen. Und deswegen zoome ich mal ganz kurz rein. Das, was hier eingezeichnet ist, diese Linien, das ist sozusagen der Bewegungstrend der Woche. Also dieser Bewegungsarm hier. Und das sehen wir sehr, sehr schön im Tagesschat dann entsprechend auch abgebildet. Deswegen haben wir hier gerade dieses Gebilde gesehen, diese dicken Linien hier, diese etwas hellgrüneren und dann die dunkelgrünen Linien. Da haben wir schön den aufwärtslaufenden Markt. Der ist auch schon mittlerweile etwas in die Tage gekommen. Wir haben hier einen Trend, der entsprechend viele, viele Bewegungsarme auch schon gehabt hat. Hier der letzte sehr, sehr weit nach oben auch gelaufen. Und hier haben wir jetzt die Korrektur. Ich muss nur dieses Muster mal etwas hier nach drüben ziehen, damit wir das Ganze besser sehen können. Also hier sehen wir einen sehr, sehr steil nach unten laufenden Trend. Den sehen wir auch in der Stunde. Und hier stellt sich nun die Frage, was können wir denn daraus machen? Zwei Dinge können wir daraus machen. Und zum einen blicken wir natürlich immer auch in den übergeordneten Schub der Woche. Da ist der Markt ja aufwärts gerichtet. Er kann aber auch deutlich tiefer korrigieren. An der Stelle jetzt hier interessanterweise, wir hatten hier mal ganz kurz einen Bruch dieses Trends. Und danach ist der Markt direkt wieder nach oben aufgelaufen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, wir haben jetzt hier, wir sehen jetzt hier sozusagen die Korrektur dieses massiven Aufwärtsschubs. Und hier kann erfahrungsgemäß jetzt wie immer zwei was passieren. Auf der einen Seite selbstverständlich eine weitaus tiefer laufende Korrektur. Heißt also, wir haben ja hier die Bewegung. Die Korrektur kann laufen ohne Probleme aus rein trendtechnischer Sicht hier bis in den Bereich dieses Korrekturtiefs. Also dieses letzten Tiefs hier unten rein um die Marge von 1,32,5,3,6. Das ist problemlos möglich, ohne jetzt diesen letzten Schub hier kaputt zu machen. Heißt also, Korrektur kann ohne weiteres nach unten weiter laufen. Heißt also, wenn wir nach unten blicken, was gibt es denn an Marken? Hier unten haben wir zwei Tagestiefs liegen, die relativ nah dran liegen. Die sind noch nicht abgeholt worden. Die liegen um die Marge von 1,33,4,3,3. Ich kann es nochmal genau sagen. Hier die Kerze vom, wann war es gewesen? Vom 14.12. Die hatte ihr Tagestief bei 1,33,4,6,5. Und dann hier unten natürlich die Kerze etwas drunter hier bei 1,33,3,8,4. Und dann haben wir hier noch ein Tief. Da haben wir hier diesen untergeordneten ersten Korrekturversuch, diese Aufwärtsbewegung hier. Da haben wir das Tief liegen des Tagestiefs bei 1,33,2,1,4. Das sind Dinge, die kann der Markt problemlos mal antesten und diese als Pivotpunkte zum Dreh nach oben nutzen. Oder aber die Korrektur läuft noch deutlich tiefer. Da müssen wir einfach mal schauen, was geht. Das heißt, kurzfristige Händler, die diesen Schub nach unten mit traden wollen, die gucken natürlich auch gerne in die untergeordneten Zeiteinheiten rein. Das machen wir auch gleich. Wir schauen mal in die Stunde. Warum schaue ich in die Stunde? Weil es halt auch extrem interessant ist zu sagen, gut, wir kommen jetzt hier auf einer tiefen Korrektur heraus. Wir sehen die Tage hier, naja, die geben uns nicht wirklich anders zu sagen. Wir sehen hier irgendwo einen Trend nach unten. Das heißt, wir gucken hier in die kleinere Zeiteinheit rein. Und dort sehen wir die Umkehr. Das heißt, wenn der Markt hier wieder rumdreht, dann sehen wir die Umkehr der Nachfrage. Und dann haben wir die Chance, nach oben ranzulaufen. Und bei so tiefen Korrekturen, die von unten heraus kommen, bei so einem starken Schub nach unten, gibt es halt in der Regel oft irgendwann eine Korrektur. Wann die einsetzt, müssen wir uns einfach vom Markt auch zeigen lassen. Aber die Chance ist hier da, dass der Markt rumdreht und doch ein gutes Stück wieder Richtung nach oben läuft. Ob es dann oben drüber hinaus weitergeht oder ob das nur eine Korrektur dieser Bewegung ist und dann nach unten geht, das kann uns an dieser Stelle noch relativ egal sein. Weil wenn wir ein Stück nach oben mittraden, dann können wir das natürlich früh und zeitig angehen, wenn die Umkehr kommt. Und wie wir das sehen können, das schauen wir hier gleich mal in die Stunde hinein. Und da sehen wir den Abwärtstrend der Stunde hier. Jetzt muss ich das mal ganz etwas kleiner rücken. Denn hier sehen wir natürlich diesen schönen Kursaufschwung, den wir hier gehabt haben. Hier oben diese starke Top-Bildung um die Marke von 1,36,646. Da war die Luft oben raus. Da hat man das gesehen. Der Markt hat hier nochmal ein paar Mal versucht, oben ranzulaufen, ist aber dann definitiv rumgedreht und hat dann hier sozusagen den ersten Schub nach unten, nochmal nach oben und dann stark nach unten das Ganze als Trendbildung genutzt. Hier wurde nochmal der Versuch gemacht und jetzt laufen wir hier runter. Und dann in dem Moment, wenn sich dieser Abwärtstrend verabschiedet von uns, den wir hier schön am Lauf haben, das wäre dann eine Chance, wenn der Markt nach oben dreht, hier die erste Möglichkeit zu nutzen, um hier etwas nach oben zu traden. Wie ich schon gesagt habe, wie weit das Ganze laufen wird, das müssen wir erst einmal sehen. Aber auf Tagesbasis ist die Lage erst einmal noch grün hier. Das heißt, was wir hier sehen, ist einfach diese starke Korrektur, die in ein paar Tagen massiv weit runtergelaufen ist. Und da ist es interessant. Und wenn sich jetzt hier Aufwärtsdynamiken nach oben hin bilden, das wäre dann eine erste Möglichkeit, die umkehrende Nachfrage zu traden und den Markt hier ein Stück weit nach oben zu laufen, zu lassen, mit zu begleiten. Natürlich die eigenen Setups mit Risiken in der Absicherung immer wieder anzusteuern. Und nach oben hin können wir auch sehen, wo interessante Levels liegen, sage ich mal, dass der Markt hier rangehen kann. Da haben wir, wenn wir in den Tagesschat blicken, hier natürlich die entsprechenden Tageshochs liegen, also hier die Tageskerzen, entsprechend die Hochs mit avisieren. Oder aber, wenn wir hier einfach in die Stunde ran blicken, dann suchen wir uns einfach markante Punkte, wo der Markt entsprechend hier Levels hatte, wo er mal ran gelaufen ist und dann wieder nach unten gelaufen ist. Das heißt, die Korrekturhochs an diesen Stellen, das sind dann interessante Anlaufpunkte. Hin zur Oberseite ist hier in diesen starken Bereichen natürlich gar nicht so einfach machbar. Aber für kurzfristig agierende Trader, die wissen, was hier an dieser Stelle zu tun ist, die entsprechenden Zeiteinheiten zu nutzen. Das heißt, da hilft manchmal auch der Blick entsprechend in die noch kleinere Zeiteinheit, in die fünf Minuten, wenn wir dann hier Stück für Stück nach oben laufen. Das haben wir noch nicht. Wir haben hier noch keinen Hochlauf. Aktuell haben wir hier so etwas wie eine Art Bodenbildung hier in diesem Bereich. Da müssen wir erst mal schauen, was kommt. Aber wenn so eine Bodenbildung wirklich abgeschlossen ist, hier unten sehen wir ja, um diese Marke, ich kann das ganz kurz mal anklinken hier oder angliedern, hier unten haben wir den Boden. Was ist da ungefähr? 1,33,5,5. Da wollte der Markt aktuell nicht runter. Und wenn wir hier dann Aufwärtsdynamik bekommen, das könnte dann ein erstes Zeichen für eine kurzfristige, ja sage ich mal, Wiederaufnahme der Bewegung nach oben hin versteigende Kurse sein. Und wenn daraus was Nachhaltiges wird, dann könnte es durchaus sein, dass wir hier im Tagesschart wieder hochlaufen, Richtung dieses Trendhochs bei 1,36,646. Bleibt spannend. Auf alle Fälle ein Markt, wo man auf alle Fälle mal hinschauen kann. Gut, schauen wir in den nächsten Markt rein. Euro-britisches Fund, unser Nachbar hier. Da ist ja auch immer viel Politik mit im Spiel, aber wir lassen die Politik heute mal außen vor und schauen uns hier einfach mal den entsprechenden Chart an. Und im Chart sehen wir hier eine Situation, wo wir hier oben einen Deckel drauf haben, die Marke von ungefähr 0,99. Hier oben, da ist ein roter Balken eingezeichnet. Das ist ein Widerstandsbereich. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Der Markt ist hier mehrmals oben reingelaufen und hat einfach nicht die Kraft gefunden, oben drüber zu steigen. Das heißt, da ist der Verkaufsdruck einfach viel, viel, viel zu hoch. Das ist der Oberseite, der Deckel oben drauf. Und jetzt haben wir hier unten noch diese Marke von 0,89,400. Dieser grobe Bereich. Das ist auch ein Bereich, der kann unter Umständen viel Beachtung bekommen. Warum? Einmal hier war das Level des Trendbruchs. Hier oben um diesen Bereich, wo der rote Zacken aus dem Korrektur hoch ist. Hier haben wir dann entsprechend auch in diesem Bereich die Entstehung dieses Aufwärtstrends gehabt. Und jetzt wird es an dieser Lage halt sehr, sehr spannend, was hier passiert. Wir sind ja schon mal ganz kurz hier oben drüber gelupft. Rein technisch sozusagen über dieses Korrektur hoch drüber. Das heißt Bewegungs- bzw. Korrektur tief. Hier hat man das hoch. Dann lief es wieder direkt runter. Hier oben blieb halt wieder die Schwäche im Markt oder kam die Schwäche in den Markt zurück, dass sich keine neuen Käufer gefunden haben. Das ist jetzt etwas, was wir im Chart einfach sehen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was passiert hier? Zwei Dinge. Entweder wir prallen hier von dieser Marke ab. Das heißt, hier haben wir ja auch eine gewisse Trading Range hier unten mit dem grünen und dem roten Balken. Das macht natürlich gut für kurzfristig agierende Trader, einfach mal das Thema Range Trading mit zu benutzen. Und zwar keinen Ausbruch hier, sondern innerhalb der Trading Range aktiv zu werden, weil da ist ja auch genügend Platz in den kleinen Zeiteinheiten. Letzt sich das sehr, sehr schön umsetzen entsprechend dieser Marke. Das heißt, wenn wir hier drinnen bleiben, dann das Ganze natürlich hier momentan von der Verortung her an einem interessanten Punkt, nämlich auf der Unterseite. Und die Chance, zur Oberseite zu laufen, ist ja auf alle Fälle da. Hält das Ganze nicht, bricht der Markt hier unten drunter durch. Dann läuft das Ganze halt weitaus tiefer. Nächster Anlaufpunkt dann hier unten um diesen Bereich hier, wo der Markt auch schon immer mal reingepiekst ist. Hier über den Daumen 0,88,8. Das ist die Marke hier unten. Da könnte der Markt dann als nächstes reinlaufen, wenn wir unten drunter gelaufen sind, unter diesem oberen grünen Bereich. Weitere Level liegen dann natürlich hier um das Tief hier unten. Was haben wir hier liegen? Ich schläge es kurz als Marke noch mit dran, dass das jeder im Nachgang auch besser sehen kann. Das heißt, das ist der Kursbereich von ungefähr 0,88,125. Das Tief hier, das Korrektortief ist natürlich gut und gerne auch noch mit anzulaufen. Ein Punkt, der mit Maßgabe auch zu nehmen ist mittelfristig. Wenn wir uns das Ganze mal auf Wochenbasis angehen oder anschauen, haben wir hier unten dann natürlich noch einen Bereich. Da lege ich auch gleich mal eine Linie dran. Hier unten so dieser Bereich hier, Sie sehen es, 0,86. Hier, da ist der Markt schon öfter mal reingelaufen. 0,86,548, hier das Tief, wo ich es gerade rangelegt habe. Das wäre dann natürlich auch noch interessant zu sehen, wie es hier entsprechend nach unten weitergeht. Auf Wochenbasis haben wir halt eine Kerze. Sie sehen es halt selbst, ich zoome das mal ganz kurz rein, im Wochenchat haben wir eine deutliche Umkehrkerze. Und wenn diese Umkehrkerze auf Wochenbasis auch noch eine Bestätigung findet, dann haben wir hier natürlich auch die Maßgabe offen, nach unten zu schauen. Dann ist es legitim, sich mal die tieferen Kursniveaus anzuschauen. Und da haben wir halt hier Wochentiefs liegen. Hier unten haben wir auch das Tiefliegen, was ich gesagt habe. Und dann, wie schon gesagt, hier unten diesen Bereich von 0,86,548. Das als Anlaufpunkt zur Unterseite hin, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Und da haben wir dann einen Bereich, wo der Markt auch schon öfter mal reingelaufen ist. Das Ganze kann man auch noch etwas höher ziehen. Hoppala, das war das falsche Zeichen, was ich haben wollte. Aber egal, nehmen wir das, zeichnen wir hier mit. Hier unten haben wir auch noch mal einen Bereich, da ist der Markt schon sehr, sehr oft reingelaufen. Das ist die Marke von knapp 0,87. Hier, da ist der Markt rangepickst und wieder hochgelaufen. Also wir haben nach unten in einige Marken liegen, die sehr, sehr interessant sein können, wo der Markt noch Luft hat, diese anzulaufen. Und nach oben hin haben wir hier bei 0,90,9 den Deckel aktuell drauf. Also spannend bleibt es. Wird denn diese Umkehrkerze der Woche bestätigt? Wenn die ihre Bestätigung findet, wie schon gesagt, die Level hier auf der Unterseite sind definitiv im Chart ersichtlich. Die Maßgabe ist da. Also hier bleibt es entsprechend spannend, was hier der Markt uns zeigen wird. Und dann natürlich immer im Hinterkopf haben, euro-britisches Fund. Da kann es immer wieder Nachrichten geben, die die Kurse massiv beeinflussen. Thema Brexit, sage ich an dieser Stelle. Und wenn solche Nachrichten kommen, dann sind technische Dinge häufig völlig irrelevant. Dann wird der Markt sich anders ausrichten. Das ist dann unplanbar, unkalkuliert. Das heißt, das muss man immer ein kleines bisschen mit im Kopf haben, was auch das Risikomanagement angeht. Das heißt auch immer, bitte schauen, was wir hier an dieser Stelle in den Nachrichten mitsehen. Das heißt, hier auch immer mal in die britische Nachrichtenübersicht gucken, wann hier Nachrichten kommen. Sascha, schönen guten Morgen. So, dann schauen wir mal noch in den DAX hinein. Wieder hier unseren Heimatindex mal wieder auf der Uhr zu haben. Hier haben wir ja einiges an Volatilitäten gesehen. Wir haben ja kurz vor Jahreswechsel auch noch einen wahnsinnigen Schub bei den US-Indizes gesehen. Das ist einfach Wahnsinn, was hier momentan in den Indizes teilweise los ist. Aber davon lassen wir uns nicht beirren, sondern wir nutzen solche Dinge einfach, um unsere Handelsideen hier im Markt zu platzieren. Hier haben wir aktuell den Chart vom DAX in verschiedenen Trendgrößen hier mit eingezeichnet. Das heißt, wir schauen hier einfach jetzt mal in den Tageschart hinein und im Tageschart sehen wir halt hier, das ist das lilafarbene, was ich hier eingezeichnet habe. Das ist momentan der aktuelle Trend, der hier nach unten läuft und hier hat sich untergeordnet auch noch ein entsprechender Trend gebildet, der gut ersichtlich ist. Der ist auch sehr, sehr schön im Stundenchart ersichtlich. Und was wir jetzt hier haben, ist die Frage, wie gesellt sich denn der Markt entsprechend drin? Das heißt, ich muss mal hier noch in den Tageschart mit reingehen. So, hier haben wir jetzt das Ganze liegen. Das heißt, wir haben jetzt hier, das hier ist der Tagestrend, sozusagen der rot eingezeichnete, schön nach unten laufen. Hier, das ist der große Übergeordnete, den ich gerade auch in der Woche gezeigt hatte. Das hier ist momentan sozusagen der Bewegungsarm des Wochentrends. Und hier sehen wir momentan auch diesen massiven Schub hier, der Tag am Freitag. Der hat ja untergeordnet zur Bildung eines Aufwärtstrends gedient. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, was passiert hier. Wir sehen es, wir sind ja hier vor Handelseröffnung schon ein ganzes Stückchen weiter mit nach oben gelaufen. Wir haben hier diese Tageshochs, die hier noch leicht davon lagen, rausgenommen. Jetzt liegt hier noch das Tageshoch. Von wann haben wir das gehabt? Das war vom 17.12. Marke hier um die 10.917 Punkte. Das haben wir noch vor uns. Und dann haben wir hier dieses Korrektur-Tief, dieses Abwärtstrends. Und hier stellt sich natürlich nun die große Frage, was sehen wir hier? Wir haben ja jetzt hier erst einmal untergeordnet, diesen schönen Schub nach oben gesehen. Übergeordnet haben wir hier auf Tagesbasis den Abwärtstrend und natürlich auch auf Wochenbasis den Abwärtstrend. Und die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist, wie geht es hier weiter? Das wird uns der Markt beantworten. Wichtig ist, dass wir die entsprechenden Strategien haben. Das heißt hier, was wir jetzt hier sehen, ist erst einmal alles nur klassische Korrektur von diesem Bewegungsarm hier im Abwärtstrend auf Tagesbasis. Heißt also, der Markt kann doch ohne weiteres noch nach oben laufen. Erst einmal hier, wie ich gesagt hatte, zum Tageshoch oder aber hier zum entsprechenden Korrekturhoch bei knapp 11.000 Zählern hier. Das Hoch bei 10.986 Punkten. Und da wird es dann sehr, sehr, sehr spannend, wie der Markt sich weiterentwickelt. Das heißt, an dieser Stelle ist es zu sehen, wenn wir hier drüber laufen, dann ist erst einmal faktisch dieser Trend auf Tagesbasis hier gebrochen. Das heißt, dann laufen wir tiefer in die Korrektur der Woche hinein. Das gibt dann natürlich einiges an Potenzial. Wir haben hier ein Tageshoch, wir haben hier noch ein Gap drinnen. Also da ist einiges an Luft nach oben da, wenn der Markt das bricht. Wenn der Markt tatsächlich die Kraft hat, hier nach oben zu laufen. Da bleibt es jetzt spannend. Wir haben ja die ersten paar Tage im Januar, da ist es ja erfahrungsgemäß so, da sind viele Händler noch im Urlaub. Wir hatten hier bloß ein paar Handelstage. Wir hatten den 1. Januar, da war frei. Dann hatten wir den 2., 3., 4. Das sind alles entsprechend Tage gewesen, wo der Handel doch so gelaufen ist, dass die Großen, die Big Boys einfach noch nicht wieder am Platz waren, weil der Urlaubsmodus war. Jetzt wird es spannend, wie der Markt weitergeht. Das heißt, was macht der Markt, wenn das große Geld zurück in den Handelsraum sozusagen kommt? Wie positionieren sich die Händler für die aktuellen Gelegenheiten oder Geschehnisse, die wir hier momentan haben? Und das bleibt dann spannend zu sehen. Und das können wir uns übrigens, ich habe es ja hier auch angekreuzt oder angezeigt, entsprechend im Stundenchat auch mit anschauen. Wenn wir hier mal in die Stunde hineinschauen wollen, dann haben wir hier natürlich jetzt aktuell eine Situation, wo wir einen Markt haben, der stark nach oben gelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt hier eine massive Bewegung auf der Stundenbasis nach oben gehabt. Und diese läuft jetzt hier in so einer Seitwärtskorrektur auf relativ hohem Level ab. Und hier werden wir dann sehen, wie sich der Markt weiter sozusagen aufbaut, beziehungsweise wie er seine Verhaltensweise ausbaut. Das heißt, wenn wir hier doch deutlich positive Tendenzen sehen, dann setzt sich dieser Strand hier fort. Das heißt, wir haben dann hier eine flache Korrektur gehabt, die sich da nach oben wegsetzt. Das heißt, ich ziehe das mal ganz kurz hier nach oben weg. Das heißt, das, was wir hier entsprechend sehen in diesem Bewegungsarm, den wir hier gehabt haben, hier ist das ja im großen Bild mal eingezeichnet worden. Das wäre dann halt hier der Weg nach unten wieder noch ein Stückchen. Und dann entsprechend nach oben zu laufen hier, das wäre die Fortsetzung des Ganzen. Das könnte dann für deutlich positive Dynamik sorgen. Und das wäre dann wirklich auch ein Zeichen, was der Markt uns zeigt, wie es dann entsprechend hoch geht. Wie schon gesagt, hier oben haben wir noch das Tageshoch. Und dann kommt ja entsprechend schon, da zoome ich mal ganz kurz etwas kleiner hier, das entsprechende Korrekturhoch des Tagesabwärtstrends. Und wenn es hier oben drüber geht, dann haben wir doch durchaus das Potenzial, deutlich weiter nach oben zu laufen. Wir haben ja in solchen Bärenmärkten oder Abwärtstrends auch immer wieder die Situation, dass wir weitere Steigerungen sehen, wo auch mal einfach die Woche korrigiert wird, die weit ablaufabwärts gerichtete Woche. Und da sehen wir häufig Trendbrüche auch auf Tagesbasis. Und das könnte hier dann unter Umständen dazu führen, dass wir doch etwas starke Gegenbewegung sehen. Müssen wir einfach abwarten, was hier dann kommt. Wenn Schwäche reinkommt, wie schon gesagt hier oben, dann muss man das immer auch als Achtungszeichen mit betrachten. Achtungszeichen aus dem Grund, weil wir handeln ja momentan, wenn wir hier die Long-Richtung traden gegen den übergeordneten Trend. Und wenn wir hier eine tiefe Korrektur haben, dann kann das passieren, was in Trends sehr, sehr häufig passiert. Wir laufen tief rein. Hier oben kommt dann plötzlich wieder Schwäche rein. Der Markt dreht nach unten weg und dann, zack, geht es hier nach unten. Dann wird der Aufwärtstrend wieder gebrochen. Und das ist dann interessant zu sehen, was dann passiert. Nämlich dann haben wir wieder alle Chancen offen, dass sich dieser Abwärtstrend fortsetzt. Und dann liegen die Potenziale eher auf der unteren Seite. Das haben wir ja auch Ende Dezember miteinander besprochen. Anlaufmarken wären dann hier wieder dieser Bereich zwischen 10.500 und 10.300 Punkten. Und dann hatten wir hier mittendrin bei ungefähr 10.400 Punkten. Das ist manchmal komisch, wie so eine runde Marken zusammenkommen. Immer wieder das gleiche Spiel. Psychologie, psychologisch wichtige Marken. Hier haben wir den Punkt um die 10.400. Da haben wir schon immer mal wieder Anlaufpunkte gesehen, wo der Markt einfach keine weitere Schwäche gezeigt hat, sondern nach oben abgesprungen ist. Das ist hier eine sehr, sehr wichtige Marke, die dann interessant ist. Die wird dann allerdings erst wieder in den Blick richten, wenn wir hier nach unten laufen. Das heißt, wenn dieser Aufwärtstrend doch nicht hier oben rüber weiterläuft und wir die Unterseite sehen. Also das bleibt von der Seite her sehr, sehr interessant entsprechend mitzusehen. Das also zu den heutigen Handelsideen. Jetzt schaue ich noch mal kurz in die Chats hinein. Fragen sehe ich gerade keine. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich wieder sagen, danke für Ihre Zeit hier an dieser Stelle. Wir hören, lesen und sehen morgen wieder voneinander im Blog-Eintrag rund um 8.30 Uhr dann hier wieder in der Live-Besprechung, im Live-Webinar sozusagen um 8.30 Uhr auf TICMIL. Und für alle anderen, die das Ganze im Nachgang schauen, natürlich direkt wieder auf unserem YouTube-Kanal oder entsprechend auf der Facebook-Seite von TICMIL. Allen einen schönen Handelstag und bis morgen. Tschüss. Tschüss.